Wir begrüßen der Rhein, für den das alles hier völlig neu ist. Er hat sich zum ersten Mal für das Hauptfeld eines U-Pintour-Events qualifiziert. Er hat am Donnerstag drei Runden gewonnen, unter anderem andere Welten überzwungen. Und er hat also das Hauptfeld erreicht, dass man sich gestern den Richard von Seinfeld, den Niederländer, durchgesetzt. 1.000 Pfund hat er damit sicher. Und jetzt fängt für ihn wirklich oft ein eigener Gedanke ab. Mensch, mal sehen, was hier geht, mal sehen, was in Süddeflüge geht, mal sehen, was da in Holland geht. Vielleicht hat er schon mal für die Weltmeisterung gebraucht. Heute hat er auch noch das Glück, der Mann aus Frank-Auford. Hochschicht, Michael Hutz! Komm mal, Michael! Komm mal, komm mal! Komm mal, komm mal! Komm mal, komm mal! Komm mal, komm mal! Und PTI hat er jetzt an ein gewinsten Aufsehen gesehen, was ist gut so. Er hat jetzt ein wirklich gutes Match gespielt. Er tritt gegen einen Mann an, der die Haare geschlöpert und für die schwersten Haare steht auf dem Haus, der in der Zeit ist. Wer hat auch immer wieder runtergefallen? Wer kommt auf Deutschland? Herzlich willkommen, schlägt bei Peter Wright!